allgude liebe querdenker die ich mir vor kurzem angelacht habe die jetzt irgendwie mein kanal vollstürmen nachdem das mit peter pücher bekannt geworden ist ja und weiter musste einige kommentare löschen weil die zu hart waren aber ich sag mal so getroffene hunde bellen laut und ich weiß auch nicht was es damit zu tun hat dass unser bräsi sag ich jetzt mal zukünftiger expressi wohl da kurz im haus gehabt hat ja schlimm genug dass ein 13 jähriger dran kommt aber er dealte nicht damit wie gerne einige aus eurer pappe das erzählt haben und twittern und retweeten wollten und verteilen wollte fake news ist das thema kennt ihr das darüber wo ihr euch angeblich aufgeregt hat dass angeblich fake news waren diese doppelmoral aber darum soll es ja gar nichts gehen denn was ist das problem selbst wenn er irgendwas von der meinung gehabt hat und ich hab's doch schon mal auf meinem eintracht kanal gesagt ne er kann ja eine meinung haben sagen wir zu ungeimpften sagen wir zu rechten szene auch zu anderen szene et cetera nur weil jetzt irgendwie ja da extreme scheiße gebaut hat hat das was dann bedeuten dass alles was er gesagt hat wertlos ist oder nicht mehr wert ist oder man das nicht mehr ernst nehmen kann weil wenn es danach ginge dürfte man auch einige aussagen von den leuten aus eurer pappel das war nicht gar nicht böse sondern auch mal um das verhältnismäßigkeit zu sehen und auch die gegenseite zu sehen ich meine was peter fischer gemacht hat ging gar nicht bin ich voll dabei keine frage denn das mit den drogen mit dem koks ging gar nicht aber wenn ihr zb die argumentation bringt ja seine meinung kann man jetzt nicht mehr ernst nehmen dann müsst ihr aber auch bedenken hey von eurer pappel waren auch einige straffällig oder am scheiße gebaut oder haben stressmitte ja mit allen drum und dran und dementsprechend sind die dann auch weniger wertlos einige meinen nein warum konnte mir eigentlich noch keiner begründen weil ich dann auf twitter blockiert worden bin weil da keine argumente da waren wisst ihr was ich meine also man kann nicht mehr argument bringen jetzt sind sie wertlos aber euch aus eurer pappel die meinung dann wohlmerkt von denen die straffällig geworden sind zählen immer noch sehr viel als beispiel weil klar es gibt genügend die noch nicht straffällig geworden sind keine frage die meine ich noch nicht aber wieso bringt man die argumentation sag ich jetzt mal wenn ja das eigentlich so ein klassisches eigentor ist wisst ihr was ich meine und ich würd gern mal wirklich sachlich diskutieren aber es gibt so so wenige mit dem man aus deren pappel sachlich diskutieren kann also nicht böse aber viele viele sag ich mal die das gibt es anders was für querdenker querdenker denken die leute immer ich schieb sie in so eine schublade aber in anführungsstrichen dass die gleich beleidigt werden man kann heutzutage auch nicht nur mit äußern grundsätzlich kaum noch sachliche diskussionen führen in manchen parteien in manchen bappel ist das noch mal extremer und das ist schade weil es ist man möchte aber die gegenseite verstehen weil ich bin einer der immer beide seiten verstehen möchte mich auch versucht in leute hinein zu besetzen aber manchmal geht es nicht weil man damit fakten nicht auf die andere seite kommt und die andere meinung hat gar nicht akzeptiert wird ne ich kann verstehen dass leite jetzt natürlich bewusst gegen peter fischer schießen auch bewusst versuchen seine meinung niederzudrücken und damit fake news wie gesagt das was anderen auch vorgeworfen wurde was teilweise vielleicht auch so wirklich gemacht wurde phasenweise dass aussagen aus dem kontext gezogen wurden aber hier werden und das ist fakt bei den querdenker wurden teilweise wie gesagt ähm aussagen aus dem kontext gezogen hier werden aber bei peter fischer ganz offiziell wirklich fake news von diversen bubbles ja auf social media geteilt und das ist dann wie gesagt eine gewisse doppel moral sollte man nicht machen gerne können wir sachlich diskutieren würde mich auf jeden Fall freuen gerne könnt ihr auch weiterhin ähm mein video und mein kanal runter haten ist mir egal denn auch dislikes bringen interaktion und auch dislikes helfen dass mein kanal viral kommt also hated gerne disliked es schön runter interaktion ist immer gut danke danke dafür ich meine mir ist wie gesagt egal auch wenn ich beleidigt werde oder so weil ich weiß ja genau wenn man vor mir steht hätte keiner so eine große klappe im internet sind sie groß viele finden sich im internet wie gesagt auch ja ist ja ein rechtsfreier raum für viele so ist natürlich nicht aber ich nehme es nicht so ernst weil das für mich random people sind mir ist wichtig was mein umfeld über mich denkt mein nahes umfeld und da sag ich jetzt mal ist mir egal wenn ich weg gehatet worden bin zumal ich in meiner kindheit jahre lang wegen meiner Behinderung gemobbt wurde da bin ich schon hart von daher ist mir alles egal ganz ehrlich ich bin da macht mir sowas nichts aber wie gesagt gerne sachlich diskutieren würde mich auf jeden fall freuen und mich würde mal interessieren wie findet ihr weil ich sag immer ihr aber das ist ja dann nur ein Teil der Bubble ne die jetzt die Fake News verteilen weil das ist wiederum das Problem dadurch dass die Fake News gegenüber Peter Fischer verteilen macht das wieder ein schlechtes Licht auf alle ähnlich jetzt wie bei uns oder mit den Fans 10 Fans nehmen sich vielleicht im Stadion daneben 50.000 müssen drunter leiden bumm das ist nämlich das Ding auch bei euch und dann muss man halt genau 10 Leute angehen das zählt nämlich und vor allem das ist das Schlimme das halt trotzdem sehr 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 viele diese Fake News leider Gottes teilen weil nicht recherchiert wird nicht selbst geschaut wird und dementsprechend wird einfach alles es geht teils so soll es leider Gottes sein aber wir sehen mal wo das noch endet aber ich denke das wird eher schön häufig ruhig abgekocht werden so wie es auch sein sollte es muss nichts immer groß viral sein auch wenn sich das manche jetzt wünschen aber einfach ruhig gelassen sag ich jetzt mal runterkommen lassen ich meine bei manchen diversen Leuten ist das ja auch langsam still geworden wie bei der Wendler und bei Artela Hildmann ist ja auch irgendwann sehr ruhig geworden und so soll es auch ruhig abgekocht werden ich bin gespannt abgekocht werden bei Hildmann na komm oh komm abgekocht Hildmann bei dem veganen Koch das war ein Wortspiel was ungewollt war und mit diesem Wortspiel beenden wir das wir sehen uns ja in einem der anderen Videos vielleicht zum Livestream am Mittwoch ich sag ja auf jeden Fall ich wünsche euch einen schönen Tag und bleibt alle auf jeden Fall gesund aber mittlerweile ist ja und da bin ich etwas froh drum in der öffentlichen zumindest die Maskenpflicht weg yes auch dazu mache ich noch ein Video auf meinem Realtalk Kanal die Maskenpflicht ist weg aber das ist ein interessantes Thema der ist unten verlinkt kommt diese Woche auf jeden Fall also zum Thema Maskenpflicht könnt ihr gerne mal oder ehemalige Maskenpflicht gerne unten eure Meinung reinhauen dann nehme ich das vielleicht noch mit ins Video auf also macht mit